Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein kleines Product Placement vorbereitet, denn die Gamigo Group hat mich angeschrieben, hat gefragt, hey Spooky, hast du Lust, zu diesem Spiel, Outer Kingdom, ein Video zu machen, um einfach das mal deinen Leuten einfach mal so ein bisschen zu zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das nicht angenommen, wenn ich das Spiel nicht schon mal gespielt habe. Und zwar habe ich das als Teenager, als ich 15, 16 war, habe ich das Ganze halt auch mal angespielt mit meinem Kollegen. Und jetzt ein paar Jahre später werde ich halt angefragt, ob ich es denn mal präsentiere. Und ja, das mache ich. Wenn ihr irgendwie auch mal Interesse haben solltet nach diesem Video, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link. Da könnt ihr das Ganze euch mal angucken, ist komplett kostenlos. Und ihr bekommt natürlich hier meine komplett ehrliche Meinung zu diesem Spiel. Hier ist nichts gefakt, Freunde, definitiv. So, bevor wir jetzt aber in die Welt von Outer Kingdom reinkönen, sollen wir uns natürlich noch mal kurz die Charaktere angucken. Das sind alle Charakterklassen, die es gibt und die sind auch komplett kostenlos. Das ist nicht wie bei anderen MMORPGs, wo manche Klassen frei sind und manche muss man dann mit irgendwelchen DLCs oder so kaufen. Nein, ihr habt ja komplett alle. Alle kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, hier gibt es den einen oder anderen, der wirklich ziemlich cool ist. Hier hinten zum Beispiel einer mit einer Kanone, da hinten mit einer riesen Lanze, mit einem riesen Zauberstab, sogar mit einem riesen Schwert, so ein bisschen Excalibur-Style und so. Also, ich habe mich für einen aber schon entschieden und zwar werde ich dieses Mal den hier nehmen, den mit den Shuriken, das passt einfach perfekt zu mir, der kann auch ein paar Jutsus und so einsetzen, so ein bisschen Fingerzeichen, Feuerball-Jutsu und so ein Zeugs. Das gibt es auf jeden Fall alles hier und genau den werde ich jetzt hier nehmen, Freunde. Und wir haben jetzt hier die geboostete Version, dass es ein bisschen schneller geht. Man kann hier zwischen Mann und Frau wechseln, wie man möchte natürlich und kann auch reinzoomen und kann sich natürlich das Aussehen aussuchen, was man haben möchte. Ich werde irgendwas Freundliches nehmen. Haaremäßig, puh, gute Frage. Hier, das sieht so ein bisschen aus wie Sasuke oder Sasuke. Ich werde, glaube ich, das hier nehmen. Farbe werde ich, glaube ich, weiße Haare nehmen, weil ich das immer ganz fresh irgendwie finde. Und die Augenfarbe machen wir einfach lila, weil es meine Lieblingsfarbe ist. So, Hautfarbe sollte eigentlich so passen. Ich bin jetzt nicht Käseweiß, aber ich bin auch nicht jetzt wirklich der Dunkelste. Deswegen nehmen wir jetzt einfach den Ton. Und dann gibt es noch die eine oder andere Pose, die man hier natürlich auch auswählen kann, ihr Freunde. Das ist dann doch eher nicht meine Richtung hier, was wir hier haben, Freunde. Oder das hier. Das ist dann eher, glaube ich, so wie viele ganzen Fortnite-Fans, die ihre Dance da machen wollen. Wir werden jetzt einfach diese Pose nehmen. Die ist eigentlich ganz cool. Wir werden jetzt noch kurz einen Namen raussuchen und dann gehen wir gleich mal in diese Welt rein. So, ich habe mich jetzt für einen Namen entschieden. Ich habe mich einfach Spooky YouTube genannt, weil irgendjemand anders meinte natürlich, meinen Namen zu klauen, Freunde. Ihr böse Schlinge. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier noch die Eidolons. Das sind einfach so Unterstützer, die man dabei hat. Es gibt scheinbar mehr. Ich habe jetzt aber nur diese vier zur Auswahl. Und zwar Gaias Sohn, Gaias Heilige, Gaias Drache und Gaias Alicorn. Also, ich glaube, die zwei sind hier einfach für die Weiber und das hier ist dann eher so für die Jungs. Aber natürlich können auch die Jungs sowas eben keine Sorge. Ich werde mich jetzt einfach für den Gaias Drachen hier entscheiden. Liegt so ein bisschen einfach an Yu-Gi-Oh! Weil der kleine Babydrache mich sehr daran erinnert und ich den eigentlich sehr mag. So, Freunde, wir sind jetzt ingame. Wir sind jetzt gleich mal in so einer Halle hier drinnen und jetzt werde ich euch kurz die Basics erklären. Ihr habt hier unten, habt ihr eine Leiste, die könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Da sind die EXP, also die Level-Anzeige von eurem Charakter. Die könnt ihr aber auch oben nochmal sehen, da wo die 85 da oben steht. Da könnt ihr auch das Level nochmal sehen, aber hier habt ihr halt den EXP-Bagnen, den könnt ihr jetzt hier nicht sehen. Ihr könnt die Kamera mit der rechten Maustaste gedrückt halten und dann drehen. Ihr könnt natürlich auch auswählen mit der linken Maustaste, um zu laufen. So spiele ich aber nicht. Ich drehe die Kamera mit der rechten Maustaste und spiele mit WASD. Also ihr könnt auch den Charakter einfach so lenken. Das funktioniert auch. Und mit Leertaste könnt ihr sogar springen, Freunde. Das sollte in dem Sinne kein Problem sein. Hier habt ihr eure ganzen Attacken. Die kann ich jetzt hier nicht und nicht einsetzen, da wir jetzt ganz kurz hier eine Quest machen müssen. Um hier erstmal rauszukommen. Deswegen sprechen wir gleich mal mit dem Tempelkrieger. Steht hier auch an der Seite. So. Spooky YouTube. Zuna wartet auf dich. Beeilt dich. Ab morgen wirst du die wahre Schlacht erleben. Viel Glück dabei. Okay. Dankeschön. Gesprochen haben wir. Wir sind jetzt hier und können einfach diesen Aura-Bällchen hier folgen. Die folgen einen auch zum Teil zu der nächsten Quest. Oder was ihr auch machen könnt, ihr drückt einfach hier auf dieses Sprich mit Zuna, um die Quest zu beenden. Dann läuft er automatisch hin. Seht ihr. Und dann könnt ihr die Quest auch so abgeben. Aber das funktioniert leider nicht bei jeder Quest. Ihr sollt natürlich auch irgendwo was tun und nicht nur immer auf diesen Button drücken und erhoffen, dass der jetzt da irgendwie hinläuft oder so. Deswegen nutzt es. Spooky YouTube. Heute ist der letzte Trainingstag. Du warst schon immer einer der Besten. Noch dazu, dass du deine verborgene Macht besitzt. Und ich weiß, wie wir sie erwecken können. Ganz genau. Die werden wir wahrscheinlich noch gleich erwecken, Freunde. Diese Macht ist so stark, so stark sogar, dass sie furchtregend sein mag. Wenn du jedoch bereit bist, sie anzunehmen, wirst du beim Beschützen der Welt eine große Rolle spielen. Ich werde dir helfen. Ganz egal, was passiert. Oh, danke Zuna. Es gibt ein altes Sprichwort. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Woher kenne ich das nur? Spider-Man? Bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Du siehst Selma fest entschlossen an. Gut, den Rest können wir einfach überspringen. Das ist einfach dummes Gequatsch hier. In dem Sinne. Wir haben jetzt erstmal die ganzen Standardsachen gemacht. Was wir uns jetzt auf jeden Fall angucken, ist sozusagen den Cash Shop, Freunde. Dazu drückt ihr einfach hier unten auf diesen Einkaufswagen und ich habe jetzt zum Beispiel hier gleich noch so eine Kiste. Die habe ich jetzt gleich mal angenommen. Einkaufswagen. Also die habe ich jetzt auf jeden Fall schon. Und hier habt ihr den Shop, wo ihr dann eben mit Echtgeld Sachen kaufen könnt. Das ist natürlich kein Pflicht. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Das muss ich einfach an der Stelle kurz hier erwähnen. Ihr könnt jetzt mit mit STRG und Linksklick könnt ihr draufklicken und könnt euch zum Beispiel angucken, was dieses Kostüm eben ist. Wie das aussieht bei einem weiblichen Charakter jetzt eben. Also es sieht schon ganz cool eigentlich aus. Sagen wir es ehrlich, es sieht sexy aus. Gibt da auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen, die wirklich cool sind. Ich müsste mal kurz gucken, wo wir noch was Cooles haben. Da sehen wir auf jeden Fall auch schon wieder was, wo so ein bisschen Eiseffekte hochfliegen und so ein Zeugs. Also das hat schon was, Freunde. Wer da auf jeden Fall intensiv da zocken will, der kann das ganz gerne machen und natürlich dann auch dementsprechend sich extrem coole Kostüme holen. Das war jetzt aber der AP-Shop, Freunde. Das ist eben mit Echtgeld. Es gibt aber auch die Möglichkeit mit Treue-Shop, also mit Treuepunkten. Ihr seht ja unten, ich habe ziemlich viele Treuepunkte, um natürlich auch was zu kaufen, Freunde. Könnt ihr auch eben auf Kostüme gehen, auf Gesicht, könnt dann eben wieder auswählen und dann seht ihr, dass ihr hier zum Beispiel irgendwie so ein Bienennest oder irgend so was, was das sein soll. Habt ihr auf jeden Fall hier gleich zur Auswahl. Also man muss sich halt so ein bisschen durchgucken und diese Treuepunkte, die könnt ihr auch kriegen, wie zum Beispiel das hier. Das sieht schon wirklich sehr, sehr, sehr edel aus. Ich gucke mich kurz noch durch, was es hier noch gibt, Freunde. Dann kann ich euch bestimmt hier irgendwas mal kaufen und zeigen, wie das aussieht. Irgendwas Teures. Ich meine, wenn ich schon so viele Punkte habe, dann nehmen wir doch gleich das hier, oder? Das können wir, glaube ich, kaufen hier. Inferno Königsrüstung M. Ferdbar. Einmal kaufen. Machen wir. Zack. Seht ihr, Geld ist weg, Freunde. Haben wir jetzt einfach mal gekauft und das Ganze kann man natürlich dann auch ausrüsten. Wenn ihr was ausrüsten wollt, geht ihr einfach hier auf den Rucksack, drückt drauf, Freunde und dann könnt ihr hier das Ganze zum Beispiel anziehen und schon habe ich einfach mal diese mega coole Flammenrüstung an. Also das ist schon wirklich ordentlich. Ich glaube mit C kann man, genau, hier kann man sich den Charakter auch nochmal angucken. Kann natürlich seine Werte sich auch angucken. In dem Fall könnte ich jetzt hier meine Defensivpunkte und meine Offensivpunkte könnte ich jetzt hier natürlich auch nochmal ein bisschen verteilen, um meinen Charakter so ein bisschen stärker zu machen, Freunde. Also da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl, was wir hier machen könnten. Hier haben wir jetzt noch Treuegutschein, 100 Punkte. Kann man jetzt auch nochmal einlösen, also haben wir 100 Punkte mehr. Diese Treuepunkte, die kann man dann sich halt verdienen, indem man aktiv spielt, Freunde. So läuft der Hasi auf jeden Fall. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas haben. Genau. Wir können hier auf Eidolons Fenster gehen und können hier eben auf jeden Fall unseren kleinen Terminator, können wir auf jeden Fall auch ein bisschen upgraden, natürlich stärker machen, Freunde. So ist es natürlich nicht. Es gibt ja auch noch viele andere. Ich weiß bloß nicht gerade, aber okay, es funktioniert. Doch, hier, genau. Hier kann man sehen, diese Eidolons, die können wir gleich noch beschwören. Die kann man nämlich dann auch, ja, holen. Also da gibt es wirklich den Eidolons, der ziemlich cool aussieht, Freunde. So ist es auf jeden Fall. Alter Falter, die kennen ja auch nicht mal ich, Freunde. So, ich habe jetzt nochmal ein paar Sachen gekauft, Freunde, die ich kurz einfach mal ausrüsten möchte, um einfach mal zu zeigen, wie krass der Charakter einfach mal wirklich im Endeffekt aussehen könnte. Wir klatschen ihm einfach mal solche Flügel hin, Freunde. Klatschen ihm einfach ein neues Schuriken hin und wir hauen ihm noch so eine Maske hin und schon haben wir einfach einen richtig, richtig, richtig krassen Charakter, Freunde. Und die Leute denken sich, what the fuck, was ist Spooky bitte für ein neuer Spieler? Der muss ja richtig Babbo sein. Ja, ich bin Babbo, Freunde. So sieht es auf jeden Fall aus. Und ja, ich suche jetzt mal noch ein paar Gegner und dann zeige ich euch mal, wie so ein paar Attacken aussehen könnten und wie der Charakter abgehen könnte. So, Freunde, ich habe jetzt ein kleines Gebiet gefunden, wo ein paar Donnerenten unterwegs sind und, äh, ne, Dornenenten, nicht Donnerenten. Und die können wir jetzt einfach auswählen und dann zum Beispiel einfach, äh, Moment, einfach angreifen. Natürlich mit den Attacken und ihr seht, ich mache die alle jetzt ziemlich One-Hit. So ist es natürlich dann bei euch nicht. Ihr werdet schon eure Probleme natürlich kriegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch so einen Schattendoppelgänger, so einen Ninja, der mir auf jeden Fall helfen wird. Das ist einfach ein Skill von mir, den ich jetzt hier einfach ausgewählt habe. Ich setze jetzt einfach gerade mal jede Attacke ein, dass ihr die mal wirklich hier sehen könnt. Ähm, Moment. So, jetzt macht er was. Zack. Einfach so ein Schulchenregen. Also ich kann sie auch ganz normal angreifen, natürlich. Moment. Warum geht es jetzt nicht? Attacke. So, einfach Rechtsklick drauf und dann greift er sie natürlich auch an. Ihr habt dann ein paar Schätze, die ihr dann zum Teil auch öffnen könnt und dann auch noch mal ein paar Schriften und so ein Zeugs rausbekommt, wie man es eben braucht, Freunde. Ich werde jetzt noch hier den Attacke einmal einsetzen. Also mit den Effekten und mit diesen ganzen Schuriken, die mein Charakter jetzt hier schon hat, Freunde, das sieht schon ziemlich krass aus. Also da könnt ihr auch sehen, dass ihr auch verschiedene Elemente einsetzen könnt. Hier zum Beispiel mein Feuerjutsu. Also das ist schon ziemlich cool, Freunde. Hier habe ich auch noch irgendwas beim Alter erwischt. Und ihr könnt natürlich euren Eidolon beschwören, indem ihr einfach da drauf drückt. Dann ist er da. Dann wählt den aus und wählt zum Beispiel hier die Attacke aus und dann greift er eben auch an. Also zum Teil greift er automatisch an, aber ihr könnt natürlich euch einfach auch helfen und natürlich dann auch einfach hier angreifen. Ihr könnt ihn auch in die Offensivhaltung setzen und so ein Zeugs. Also es funktioniert wirklich viel, was ihr damit machen könnt, Freunde. Im großen Ganzen ist es das eigentlich jetzt gewesen mit diesem ganzen Kämpfen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Ich finde, das Spiel ziemlich cool. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit, um MMORPGs zu spielen, aber vielleicht der ein oder andere von euch, der ein bisschen jünger ist, der noch ein bisschen mehr Zeit übrig hat, der kann wahrscheinlich damit was eher anfangen und auch allgemein dieses Anime-Genre, was ich auch sehr liebe. Ihr seht ja, man kann auch mit Treuepunkten und kostenlos ziemlich viel erreichen, Freunde. Man muss halt nur ein bisschen fahren, Freunde. Dementsprechend sollte es das gewesen sein. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Der Link zum Spiel ist unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und jälterle. Bis zum nächsten Mal.